Musik Scheiße, uns fehlt jetzt ein Schlüssel, ne? Fuck Das ist nicht gut Immer auf das Herz geschissen, ey Und... Oh, nö Musik Musik Vielleicht gibt es jetzt gleich hier noch einen Schlüssel irgendwo Ah ja, könnte sein Oh Nicht gut Ja, geil Alles verworfen, perfekt So muss das sein Oh mein Gott Nicht gut Komm her Komm Frösche, macht alle Gib ihm Gib ihm alles Frösche Hier hat er keinen Schlüssel gegeben Oh Hat er einen Schlüssel bewacht? Ne Was war das? Autsch Und wenn wir jetzt hier runterspringen, kommen wir nicht mehr hoch Ich weiß nicht, ob wir das wollen Aber hier genauso Ach, nee Ja Wo kriegen wir jetzt noch einen Schlüssel her, ey? Nehmen wir erst mal den ersten Weg Ein Kebab haben wir noch Ein Kebab haben wir noch Oh nö Oh nö, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt aus Versehen einen Schlüssel da verplempert haben Okay, vielleicht hat er auch noch einen Schlüssel Leute Übertreibt nicht Boah, ey Das ist aber Alter Bisschen sehr mies Nein Jetzt hab ich auswählen den Kebab gegessen Ich vollidiot Das ist nicht gut Ich wollte den Frosch auswählen Und nicht den Kebab essen Aua Junge, hau doch nicht ab So Der hat auch keinen Schlüssel fallen lassen Tja, die Frage ist Oh, noch einer Oh Hä? Boah, die haben aber auch viel Leben, ne? Das ist eine Katastrophe, ey Aua Keine Frösche mehr jetzt Ah, der darf uns nicht immer erwischen Ja, aber Pfff Weiß auch nicht, was wir sonst machen sollen Auch kein Schlüssel gewesen Scheiße Tja, 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 tja Tja Ich hab das jetzt einfach mal gemacht In der Hoffnung Dass wir vielleicht auch Selbst was kaputt Obwohl, das wäre eigentlich Quatsch, ne? Wenn uns lieber ein Kebab davon holen sollen Egal, jetzt ist zu spät Was macht der Vogel? Äh OUCH! Hmm... Das wird wohl nicht funktionieren, ne? Wohl eher nicht. Wie kommen wir denn jetzt an die Kuh? Muuu. Hm. Den zweiten Weg einfach mal runterspringen. Äh. Ne. Alles irgendwie halt gleiche. Oh man, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Aber es musste noch irgendwo einen Schlüssel geben. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung... I don't know. Ich bin auch eigentlich echt nur aus Versehen zu nah an der Tür vorbeigelaufen. Ich wollte eigentlich gar nicht für das fucking Herz aufbrauchen. Ach, schau mal hier. Hä, wir sind doch gelevelt. Hä, wir sind doch stärker geworden. Warum kommen wir hier nicht vorbei? Da ist noch ein Schlüssel. Wie kommen wir da hin? Hallo? Hä? Okay, es gibt noch einen Schlüssel. Aber wie kommen wir da hin? Oh, ho, 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 ho. Auf die andere Seite. Aha, hier lang. Aber hier... Ne, Moment. Doch, doch. Das geht bestimmt hier rüber da lang. Oh, oh, oh. Noch einen Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Okay, wie kommen wir da hin? Und warum kriegen wir den Stein nicht hochgehoben? Wir haben doch Muskelkraft einmal gelevelt. Oh nein, nicht schon wieder so ein Typ. Hier... Aha, eins. Oh. Ich habe spät gesehen, dass da... Oh, ey. Was? Nein. Nicht schon wieder. Was zum Teufel? Ich hätte mit dem Schlüssel in der Hand speichern sollen. Ich habe nicht gesehen, dass da noch eine Tür kam. Hä? Was ist denn das? Wir kommen nicht an die Kuh ran. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Tja. Muss unsere Ausdauer ganz voll sein, damit wir den Stein hochkriegen oder was? Warum kriegen wir den denn nicht hoch? Wir haben doch extra Muskel gelevelt und so. Hm, das bringt auch alles nichts. Ja, das haben wir ja mal wieder ordentlich schön verkackt. Und was machen wir jetzt? Puh. Ich würde einmal kurz sagen, einmal ganz schnell Pipi machen. Okay. Vielen Dank. 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 Ich glaube, hier geht es auch nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Krasser Scheiß. Oder habt ihr noch irgendwo einen Schlüssel gesehen, den ich übersehen habe? Ich habe einen Schlüssel. Da gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, an die Kuh ranzukommen. Eigentlich nicht, ne? Hera aß alle Kühe. Das ist aber nicht nett. Jo, hör auf. Scheiße, ich sehe keine Möglichkeit mehr. Kann doch nicht sein, dass man bei dem Spiel irgendwie, keine Ahnung, so verbauen kann, dass man nicht mehr weiterkommt, oder? Das darf eigentlich nicht sein. Ei, ei, ei. Hm. Hm. Hm, 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 hm. So, Leute. Ich glaube, wir müssen den Spielstand nochmal laden. Das wird, das, das, das hier, hier, ist, ist nirgends wo mehr ein Schlüssel übrig? Das bringt wieder gar nichts. Ja, null Schlüssel, ich weiß, aber... Was soll ich denn tun? Ich bin, 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 ich Tja, tut mir ja leid, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Man geht ja auch eigentlich relativ schnell. Eigentlich. Das einzige, was dann gleich nicht schneller geht, ist nochmal der Kampf gegen diese einen Babos da, weil die relativ stark sind, aber nützt ja nichts. Schnapp sie! So, dann versuchen wir es jetzt einfach mal ganz schnell nochmal. Du, 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 du. Wo ist die Kuh? Ist so. Da, er hier. Die nerven hier halt ein bisschen, diese Typis, weil die echt viel tanken. Vielleicht müssen wir noch ein paar von denen erledigen, ansonsten kommen wir ja nicht weit. Ey! Oh, die machen auch guten Schaden, ey, leider. Boah! Junge! So, jetzt wartet hier gleich noch einer davon. So, das war jetzt schon mal gut. Aufhören! Lass es! Jetzt lernst du mich können! Hey! Okay, der ging jetzt relativ schnell kaputt. Aber hier bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als den Schlüssel hier einzusetzen. Das ist klar. So. Also. Jetzt haben wir den Schlüssel. Oh! Jetzt müssen wir mal aufpassen, wofür wir den Schlüssel benutzen, oder? Aber erstmal, hier ist schon mal richtig. So, da ist noch ein Schlüssel. Und hier ist die Kuh. Wofür wir den Schlüssel brauchen. Ja, komm her! Komm doch! Uh! Uh! ja, da war jetzt wieder das Problem hier, ne? Ja. Mei oh mei, ey! Aber gut, dass er uns gar nicht trifft anscheinend. Irgendwie. Komischerweise. Warum auch immer. Okay, nehme ich aber gerne. Aber der hatte gar keinen Schlüssel. Aber hier war einer Genau, jetzt versuchen wir hier direkt zur Kuh zu gehen So Die müssen wir jetzt nach oben bringen Das wird ja was Aber wir haben hier eine Abkürzung Das ist schon mal gut Stimmt, die Abkürzung hier Ich speichere einmal ganz kurz Weil ich will einmal ausprobieren Was passiert, wenn wir die Kuh wegwerfen Okay, gar nichts, das ist gut Hey Aber so ist schon mal gut, dass wir da gespeichert haben Falls irgendwas passiert, haben wir die Kuh schon mal In dem Speicherpunkt safe So, scheiße auf den Nein, komm Nein Nein Ach, keine Ausdauer mehr Okay, I see Müssen wir mal kurz warten Oh oh Hä? Was bitte? Wie jetzt? Oh nein Was zum Teufel? Warum? Nennen wir die Kuh werfen müssen? Oh nö Please Ach Moment Ich bin doof Warum Schlade ich das nicht einfach So nämlich Wir können gleich dran denken Die Kuh zu werfen oder so glaube ich No No Okay Ich hoffe nicht, dass die Kuh sterben kann Oh ja Da wäre ja irgendwie ein bisschen Quatsch Hey Oh aufhören Meine Güte Boah 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 Du verdammte Kuh, ey Ich mach drei Kreuzchen, wenn du endlich oben bist Aber wird auch ein langer Weg bis dahin Mann, 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 ey Ach du Scheiße Schaut euch das an Ach Ach Lass mich durch Obwohl, da sind wir schon Oh, oh, oh Wir sind in der Stadt Was willst du denn jetzt? Was willst du denn jetzt? Was willst du denn jetzt? Die Kuh Als nächstes musst du ihre Wäsche waschen Nichts davon wird dir helfen Persephone zu retten Abwarten, Kumpel Abwarten, Kumpel Abwarten, Kumpel Dann Ja.